Chef, bekomme ich 40 Euro mehr Gehalt im Monat? Du gibst doch das Geld sofort wieder für irgendeinen Quatsch aus. Na gut, ich kann dir vermögenswirksame Leistungen geben, die halten weiter wenigstens mal sieben Jahre. Aber das ist bestimmt nicht so gut wie jetzt eine Gehaltserhöhung. Doch, sogar besser. Weshalb? Na, wenn ich für dich monatlich 40 Euro in einen Aktiensparplan fließen lasse, dann bekommst du vom Staat nochmal zusätzlich 80 Euro pro Jahr als steuerfreier Arbeitnehmer Sparzulage. Okay, ich habe gedacht, ich bekomme gar nichts, als ich gefragt habe.